Hallo! Oua! Schatz, ich bin das doch! Ich dachte, das wäre ein Einbrecher! Ein Einbrecher mit einem Haustürschlüssel? Die haben ja sämtliche Tricks drauf. Tut mir leid, Schatz. Konnte ich ja nicht wissen. Oh, nee, ne? Oua! Entschuldigung, Schatz. Ich dachte, es wäre ein Einbrecher. Aber du wusstest doch, dass ich zu Hause bin. Aber ich wusste doch nicht, wie lange du im Bad bleibst. Ich bin jetzt zu Hause und es sind keine Einbrecher hier, okay? Gut. Oh, Mann! Anne! Schatz? Oua! Verdammt noch mal! Was soll das? Oh, Schatz, ich habe Geräusche gehört und ich habe die nicht gleich erkannt. Oh, ich bin zu Hause und es sind keine Einbrecher im Haus. Ich gehe jetzt ins Bad, pinkeln, ja? Und komme dann wieder zurück, ja? Und die Pfanne, die Pfanne nehme ich mit. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh! Oh, nein. So ein Mist! Warum hast du denn nichts gesagt? So ein Mist!